Ich hatte heute einen Gedankengang, den muss ich mit euch teilen. Okay, ihr könnt mich für komisch erklären oder für naiv oder für keine Ahnung was, für einen Träumer ist mir egal. Boah, warte mal erstmal hier. Und zwar zeige ich euch jetzt mal was. Ich habe heute mal ein bisschen darüber nachgedacht. Wir sind ja in einer Zeit, wo vieles kritisch ist. Da sind wir uns ja alle einig. Alles ist heutzutage kritisch. Deine Aussagen, die Politik, die Welt, das Geld, die Menschen an sich, Freundschaften, Beziehungen. Alles ist sehr kritisch. Auf einmal ist alles kritisch. Und ihr kennt das ja, wenn man dann in einem Gespräch ist mit jemandem und man kommt dann irgendwann auf den Punkt, ja man muss was verändern oder es muss sich was ändern. Und dann kommt ja immer folgender Satz oder folgendes Spruch. Ja, was willst du denn ändern als Einzelner? Was willst du denn machen? Du bist so klein. Du bist einfach irgendein Knecht von irgendeiner Firma. Was willst du ändern? Das hören wir alle oft, oder nicht? Und dann habe ich heute mal sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht, warum wir uns solche Sachen sagen und uns damit automatisch klein halten. Und dann hatte ich einen Gedankengang. Ich dachte mir so, was kann der Einzelne, der Kleinste von mir aus in der Hierarchie der Gesellschaft, was kann der auswirken? Und dann habe ich so nachgedacht, wie, wie, wie kann man das machen? Wir haben ja so Sprüche wie, wie kannst du alle deine Feinde in einer Sekunde erledigen oder gleichzeitig, indem du sie zu deinen Freunden machst und so, ne? Und dann habe ich so rumgesponnen und kam dann irgendwann auf das Ergebnis. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe das vor Augen, aber ich muss euch das einmal zeichnen, damit ihr genau wisst, was ich meine, ja? Und zwar habe ich an Dominosteine gedacht. Das Domino-Prinzip. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es diese Theorie schon, aber ich habe einfach in meinem Kopf gesagt, das ist der Domino-Effekt. Oder die, ich weiß nicht, ob man dazu Domino sagt oder nicht. Stellt euch vor, du bist der Kleinste in der Hierarchie der Gesellschaft, ne? So. Das bist du, ne? So. Oder das bin ich oder das bist du und das ist keine Ahnung wer. So. Du bist ein, weiß was ich, ein Lagerist in irgendeinem Lager oder... Nein, nein, wir gehen noch weiter runter. Du bist ein Arbeitsloser, du hast nichts, du kannst nichts, du hast kaum Geld. Du bist einfach unterste Schublade. Und dich nimmt niemand ernst und du kannst nichts ausrichten. Richtig? Und dieserjenige schaut natürlich auf den hier. Auf den hier. Das ist der dickste Fisch in der Gesellschaft. Das ist der dickste Fisch. Das ist von mir aus, lass es einen Präsidenten sein. Oder irgendjemand, der Multimillionär ist. Weiß was ich. Jemand, der wirklich die Welt bewegen kann. Die Welt, der kann die Welt bewegen. Er ist da, wovon du träumst. Aber du bist hier, du bist ein kleiner Furz, im Gegensatz zu dem. Wie kann er hier, wie kann er hier hinkommen? Wie geht das? Was für einen Kontakt haben die miteinander? Wer weiß es, Chad? Wir reden ja immer davon, dass wir nichts machen können. Wir sind zu schwach. Ach, du kannst du eh nichts beeinflussen. Der Einzelne hat keine Kraft. Wie willst du als kleiner Furz dafür sorgen, dass du einen Einfluss auf diesen Menschen hier hast. Auf diesen, der alles hat. Er ist der King. Er ist ganz oben da, wo jeder sein will. Multimillionär, alles. Soll ich euch sagen, wie? Ich zeige euch das jetzt mal. Wir, als kleiner Pups, reden mit jemandem, der ein bisschen höher ist als wir. Lass es dein Chef sein. Oder jemand, der einfach höher eingestellt ist als du. Du bist jetzt hier so ein kleiner Pups. Du arbeitest in einer ganz normalen, unbedeutenden Position. Und hast wenig Aussichten auf irgendwas. So, dann befreundest du dich mit jemandem, der einfach mehr zu sagen hat. Jemand, der ein Chef ist. Oder jemand, der einfach vielleicht selbstständig ist. Du freundest dich mit ihm an. Hier, der ist ein bisschen größer als du. Ihr seid jetzt Buddies. Ihr hängt jetzt miteinander ab. Du hast einen gewissen Einfluss auf ihn. Weil du hast was vor. Du bist zwar der Kleinere. Du hast weniger Geld. Du bist nicht so einflussreich wie der. Aber ihr habt einen Kontakt zueinander. Ihr seid connected. Weil er direkt neben dir ist. Der da hinten ist viel zu weit weg. Du kommst gar nicht an ihn ran. Versteht ihr, was ich meine? So. Du hast ihn jetzt kennengelernt. Du machst dich cool mit ihm. Ja. Und dann fragst du ihn so. Ey, sag mal. Ich hab eine Idee zum Beispiel. Ich hab eine Idee. Ich möchte beispielsweise auch selbstständig werden. Ich möchte was machen. Ich möchte was leisten für die Gesellschaft. Ich hab eine so eine Business-Idee. Dann tauscht du dich mit dem aus. Er merkt, okay. Du hast Hunger. Du hast bist. Du willst was machen. Dann stell dir dir jemanden vor. Der ihm damals geholfen hat. Und das ist er hier. Er ist ein etwas dickerer Fisch. Das heißt, du lernst über ihn, den hier kennen. Ja. Das heißt, du bist schon mal zwei Schritte weiter. Und dieser jemand verschafft dir Informationen, wie du hierhin kommst. An eine Position. Ja. Du kommst hierhin an eine Position, wo du mit noch höher gerankten Leuten zu tun hast. Die Geld haben. Die Immobilien haben. Die Paramachen. Die Geschäftsideen haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, du hast es geschafft, von einem unbedeutenden Furz über deinen Chef zu jemanden zu kommen, der mehr zu sagen hat. Der auch Connection hat. Darüber wiederum zu jemandem, der richtige Business-Ansätze hat, Ideen hat und so weiter und so fort. Und du tauscht dich mit ihm aus. Das heißt, ihr seid übereinander alle connected. So. Und dein Spiel geht weiter. Du baust das über die Jahre auf. Es geht jahrelang. Du bist jetzt mittlerweile selber selbstständig. Du zahlst deine eigene Krankenversicherung und investierst mittlerweile schon dank ihm hier, dank diesem Typen hier unter uns, zahlst du schon selber für deine eigenen Immobilien. Der hat sie gezeigt über diese Leute. Jetzt willst du einen Step weiter gehen. Du willst ja hier hinkommen, zu diesem Typen, der die Welt beeinflussen kann, der richtig mächtig ist, Multimillion oder Milliardär. Du schaffst es irgendwie durch dein Geschick, durch deine Wortgewandtheit, durch deine Connection, die du dir selber aufgebaut hast, indem du dem vorausgegangen bist. Wisst ihr, was ich meine? Du hast dir deine Connection und deine Kontakte aufgebaut, bis du zu diesem Typen gekommen bist. Und der ist für dich schon voll krass. Jetzt bist du mit ihm eine Zeit lang gewesen. Und jetzt versuchst du, noch weiter aufzusteigen. Und zwar willst du dein eigenes Riesenunternehmen aufbauen. Nicht nur irgendwelche, dein Geld, was du durch Business Sachen machst, irgendwie investieren, sondern du willst jetzt wirklich ein Riesenunternehmen aufmachen. Du hast dann durch ihn zum Beispiel hier, durch diesen Big Fish, hast du jemanden kennengelernt, der eine Baufirma hat, in der Baubranche aktiv ist. Und da geht es um Millionen. Versteht ihr, was ich meine? Und du connectest dich mit ihm. Du fängst an, dein Business aufzubauen. Du hast Immobilien, du hast Geld. Und jetzt willst du dein Geld irgendwie in größere Projekte mit einbeziehen. Dann kommt dieser dicke Fisch ins Spiel. Und du schaffst es immer weiter, dich hochzuarbeiten. Aber Leute, was ich hier gerade mache, sind einfach Beispiele. Das ist doch keine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Ich bitte euch. Man muss auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können. Und jetzt schaffst du es, an denen hier ranzukommen. Du hast den kennengelernt, den kennengelernt, den kennengelernt. Jetzt bist du mittlerweile hier nach vier, fünf Jahren und willst ein Unternehmen gründen. Weil du weißt, wenn du Geld hast oder wenn du dich mit Leuten umgibst, die so wie du ticken, dann kommt das auch zu dir. Das heißt, wenn du permanent mit Geld handelst, permanent scheffelst und permanent irgendwie nur über sowas redest, du gehst irgendwann mal auf eine Feier von dem hier. Du bist irgendwann mal auf eine Feier von dem Kollegen hier. Und lernst dann ihn hier kennen. Versteht ihr, was ich meine? Durch Kontakte, durch Kontakte, durch Kontakte. Du pflegst sie, du nimmst es ernst, weil du warst ein kleiner Pups. Du bist froh, in dieser Position zu sein. So, du schaffst es, ein Unternehmen aus dem Boden zu stemmen und bist mega erfolgreich in Kooperation mit diesem Brother. Gott weiß, was passiert. Du wirst größer als er, weil du jemanden kennenlernst, der deine Qualitäten zu schätzen weiß in der Branche und dich engagiert als Unternehmen, für sein Unternehmen keine Ahnung was zu machen. Seine Finanzen zu prüfen, weil du Leute auf diesem Weg kennengelernt hast, die das machen können. Das heißt, du vermittelst quasi, bis zu diesem Typen hier, kannst du ihnen auf einmal Leute vermitteln, weil du hast auf dem ganzen Weg Connections gesammelt. Du hast Anwälte kennengelernt, du hast Steuerberater kennengelernt, du hast Leute aus dem Business-Sektor kennengelernt, auf verschiedenen Feiern und so weiter und so fort. Du bist schlau. Du hast einen Weg und du hast ein Ziel. Du hast es gemacht. So. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, geht es weiter. Über diese ganzen Wege. Schaffst du es immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer höhere, mächtigere Leute kennenzulernen, durch wie auch immer, ich kann euch jetzt nicht die ganzen Beispiele nennen, aber du schaffst es irgendwann, an diesen Punkt zu kommen, wo du an ihm hier dran bist. Ne, Ladies and Gentlemen, dieser Weg hier, ist ein langer Weg, aber wo ein Weg auch, da auch ein Wille. Es geht. Denn irgendwie ist der ja auch hier hingekommen, ne? Dieser hier. Der ist ja auch irgendwie hier hingekommen. So. Es geht. Und jetzt halte Deutsch fest. Du, als kleiner Furz, hier unten, machst folgendes jetzt. Und zwar wird der erste Dominostein gegen den zweiten fallen, der wiederum gegen den dritten, der wiederum gegen den vierten. Und sie werden alle nacheinander aufeinander fallen. Der sogenannte Domino-Effekt. Von ganz klein bis ganz groß. Und das, Ladies and Gentlemen, ist der Beweis dafür, dass du als kleiner Furz, so wie du auch hier stehst, ja, es schaffen kannst, bis ganz nach vorne durchzudringen. Denn durch diese Bewegung, die du hier machst, durch diesen Kick, den du hier leistest, ja, werden sie alle nacheinander fallen. Bab, 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 bab. Der fällt auf den, der fällt auf den, der fällt auf den und so weiter. Das heißt, das, was du hier losgetreten hast, als kleiner Furz, wird bei diesen Typen hier ankommen. Und den kannst du dann zu Fall bringen. Ist jetzt sehr einfach erklärt, aber von der Vorgehensweise, also von den Möglichkeiten her, geht es. Ich habe mies recherchiert. Es geht. Du kannst von ganz klein auf, wenn du geschickt bist, kannst du es schaffen, bab, 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 komplett an diesen Typen hier ranzukommen. Ladies and Gentlemen. Das war mein Gedankengang, den wollte ich einfach mit euch teilen. Wie man natürlich dahin kommt und wie man das schafft, als kleiner Fisch, sage ich mal, diesen Effekt so auszulösen, dass alle hintereinander fallen und das auf ihn kommt. Das muss jeder für sich natürlich herausfinden. Das ist der, also für mich, der Domino-Effekt. Ich weiß nicht, was andere Leute unter Domino-Effekt verstehen. Das ist für mich der Domino-Effekt. Und es geht. Du musst dich nur anstrengen, du musst nur fit sein im Kopf und du darfst dich von nichts abbringen lassen. Du musst dein Ziel vor Augen haben und du wirst es schaffen, genau diesen Effekt herbeizuführen. Kann man so sehen oder so sehen. Ist natürlich sehr, sehr vereinfacht erklärt. Aber ich glaube, das Prinzip habt ihr alle verstanden, was ich damit sagen wollte. Und das ist geil, Leute. Deswegen, wenn ihr da manchmal seid und euch denkt, ich bin nur ein kleiner Furz, ich kann gar nichts ausrichten, ich kann gar nichts machen, mein Wort hat gar kein Gewicht, was soll ich machen? Die sind noch viel mächtiger. Dann wende dieses System an. Such dir jemanden, der mächtiger ist als du. Über ihn findest du jemanden, der mächtiger ist als er. Und über ihn findest du jemanden, der noch mächtiger ist als er. Und so weiter und so fort. Bis du dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommst, wo du diesen Effekt herbeiführen kannst. Ist nur mein Gedankengang, den ich mit euch teilen wollte. Könnt ihr so sehen, wie ihr möchtet. Also wenn ihr euch irgendwann mal wieder selber dabei erwischt, wie ihr euch sagt, ey, ich bin doch nur ein Furz. Ich kann doch gar nichts ausrichten. Der Einzelne kann nichts ausrichten. Haltet euch dieses Bild vor Augen. Oh doch, man sollte immer an sich selber glauben. Und nicht den anderen glauben, was sie über dich sagen. Das ist ein riesen Unterschied.